Es ist schon ein Wunder und bei diesem Lebenswandel eigentlich kaum zu glauben. Es kann nicht der Platz leer sein, dann setze ich mir mit dem anderen hin. Aber zahlreiche Menschen konnten sich davon überzeugen, technischer Rat, Baumeister, Ingenieur Richard Lugner feiert seinen 80. Geburtstag und lässt es dabei ordentlich krachen. Ich bin mit meinem Lebensweg absolut zufrieden. Doch der Geburtstag beginnt schon mit zahlreichen Überraschungen zu Hause und auch im Büro. Naja, ich bin ungewohnt. Ich habe eigentlich zu derartige Überraschungen in den letzten 80 Jahren nicht gehabt. Und dann war da noch ein Geburtstagsfest im Marx-Palast, von dem Herr Lugner nichts wusste und das ganz im Geheimen für ihn organisiert wurde. Noch eine Überraschung. Zu Herrn Lugners Ehren traten Artistinnen des berühmten Palazzo-Ensembles auf. Alles scheint wunderbar, bis Anastasia vorzeitig das Fest verlässt. Von Richards Flirtereien hat sie die Nase wirklich voll. Ich habe schon alles mitgemacht. Ich kann einfach nicht mehr. Herr Lugner hat sich vor sein Geburtstagsfest in Schale geworfen. Das Opernball-Outfit ist gerade gut genug für die Feierlichkeit. Die Stretchlimousine samt Chauffeur tut den Rest. Richi weiß wohl von der Party, aber nicht, was ihn genau erwartet. Und das geht schon den ganzen Tag so. Ich habe heute den ganzen Tag nur Überraschungen. Zwei bildhübsche Samba-Tänzerinnen waren plötzlich in meinem Büro und ich wusste nicht, wo die herkommen und was die wollen. Jetzt war als Überraschung die Michaela Schäfer. Da war mir natürlich klar, dass die ungern ein Gewand am Körper trägt. Und das hat sich auch bewahrheitet. Wir fahren jetzt ins Reddison zur nächsten Überraschung, Herr Bauleister. Was fahren wir jetzt? Ins Reddison zur nächsten Überraschung. Noch eine Überraschung. Heute gibt es nur Überraschungen. Ah. Das ist aber schlimm, hört es vor lauter Überraschungen. Die Leute haben sich was einfallen lassen zu ihren Sechziger. Ich bin leider 80 und der Bezirksvorsteher vom 19. Bezirk hat mir die Woche einen Brief geschrieben und hat mich eingeladen, mit ihm ein Seniorenheim zu besichtigen, damit ich einen schaue, wo ich meinen Lebensabend verbringen könnte. Führt es mir aber jetzt nicht ins Seniorenheim. Ich habe nicht vor, dort heute die Nacht zu verbringen. Noch nicht, noch nicht. Nein, nein, habe ich auch später nicht vor. Die Limo hält vor dem Reddison Hotel, wo Richard Lugner von einer alten Bekannten überrascht wird. Ruby, Ruby Coore. You have a new color, huh? Yes, I have a new color. You look very nice. Yes, now I am a mom. Yeah, you be a mom. I don't see you. I'm older. How old is one and a half year? It's with my grandmother. And she has nine months. And the name is Sophia. Sophia? Sophia. So you like Sophia Loren? Yes, same. Okay, we can go. Okay. Come on. Während sich Richie mit Ruby und deren Freundin in der Limo vergnügt, warten seine Gäste sehnlichst auf den Herrn Baumeister. Zum Fest in den Markspalast sind viele Damen und Herren gekommen, die Lebenswegbegleiter der letzten Jahre waren. In der Gesellschaft zeigt sich allerdings schon zu Beginn der Feierlichkeiten ein gewisser Unmut. Normalerweise ist ein Geburtstagskind ja eigentlich vorher da. Normalerweise begrüßt das Geburtstagskind. Entschuldigung. Und schaut ja kein Geschenk auf. Eigentlich ist es ein bisschen respektlos gegenüber uns. Oder? Von den Geschenken her? Da hatte ich gar nicht den Überblick. Ja, eben. Ja, weil ich komme daher, bin ich denke, wo ist jetzt das Geburtstagskind? Bleibt ja bitte. Der Umstand, dass das Geburtstagskind noch nicht da ist, gibt den Gästen die Möglichkeit, sich über den Anlass der Feierlichkeit Gedanken zu machen. Wir freuen uns, dass so viele Leute gekommen sind. Es ist natürlich schön, die liebsten Menschen auf einem Fleck zu haben, rund um sich herum. Naja, heute feiern wir doch den 80. von Richard, nicht? 80 ist schon ein gutes Alter. Ich habe nicht gedacht, dass der schon 80 Jahre alt ist. Das gibt es nicht. Wahrscheinlich bin ich der älteste Freund hier von ihm, weil ich ihn schon kenne. Da war ich zwölf Jahre alt. Richard ist ja noch nicht alt. Er hat ja noch so viel vor sich. Richard Lunge ist also wirklich mein leibhafter Kussei. Meine Mutter und sein Vater waren Geschwister. Wie viele 80-Jährige sind so fit? Davon können wir träumen. Das ist ein Vorbild. Richard ist so für mich, ich habe mir immer einen älteren Bruder gewünscht. Er hat sich sein Kind in sich so bewahrt. Er ist ein Original. Er passt in keine Schublade hinein. Und er ist ein katholisches Original, weil er sich auch als frommer Sohn der Kirche weiß. Er ist ein Phänomenium mit dieser Vitalität. Also gibt es selten Menschen. Der hat immer so ein schelmisches Leckchen. So wie von einem kleinen Buben, der jetzt irgendwas gemacht hat, was ganz verboten ist. Er ist ein ehrlicher Mensch. Besondere Gestaltungen seiner Lebensformen können nicht alle gut geheißen werden. Hier und wieder fliegen die Fetzen. Hier und wieder ist es harmonisch. In den Frauenangelegenheiten verstehen wir uns nicht genau so. Das würde ich ein bisschen anders handhaben als er. Manchmal kommt mir vor, als würden wir 20 Jahre miteinander leben. Manchmal kommt mir so vor, als würden wir uns erst kennengelernt haben. Ich bin ja zu dem Badian, du mir der Leichter. Richard und Katze, ich bin für Mause. Das wird mir sicher die Christina bestätigen. Ich habe gesagt, was soll ich mitnehmen? Was hat Heulweg Stil? Und sie sagt zu mir wortwörtlich am besten gar nichts. Natürlich habe ich ihm was mitgebracht. Es ist nichts Aufregendes. Es ist eine Flasche Champagner und ein sehr schönes Bilet. Es ist etwas, wo er sich schmücken kann damit. Ein schwarzes Ferrari Polo. Naja, da wird das neue Technik-Ding von mir bekommen, das iPad. Eine besonders schöne Krawatte. Und dort will ich ihm ein Buch schenken. Und ein Ferrari Parfum. Da ist alles Paletti. Mitgebracht haben die meisten Gäste etwas, auch wenn die Wahl der Geschenke nicht immer ganz nachvollziehbar ist. Was hast du ihm geschenkt, um die Puffe? Wie das Tropfen-Geschenk. Kann man ihn nur brauchen, oder? Ich habe eine Rote Flasche geschenkt. Es kann man auch brauchen. Und ich habe eine Ananas geschenkt. Und ich habe Bruch, dass auch jetzt jeder genutzt. Also dann kann man eh alles. Das ist alles schön am. Ja. Wie so ein Ananas? Frag mich nicht. Während die anderen warten, unterhält sich der Geburtstagsbaumeister königlich mit der marokkanischen Schönheit, die auch noch für die nächsten Tage in Wien verweilt. Noch mal viel mit aus dem Morgen. Ja. Wie warst du hier? Hm, I don't know, is it now? I live in... I must ask my secretary, if I be free, I can have a dinner anyway. Okay. You call me? I call you, I call you. Yeah, I call Essence Hotel, I call you. Thank you. In die Limousine steigt zur Brünetten, der Blondierten und dem Herrn Baumeister nun auch noch eine echte Blondine zu, Werner Helmut. Das Beste kommt zum Schluss. Den schönen Moment mit Ruby und den anderen im Auto lässt er sich nicht entgehen. Und auch Lugner selbst findet natürlich Gefallen an seiner Begleitung. Die Ruby is very nice and she is dressed. I prefer dressed ladies. Sometimes I like naked ladies, not always. Eine wichtige Person in Richards Leben hat am heutigen Abend noch keine zu Gesicht bekommen. Mausi. Und das hat seine Gründe. Denn Christina wird als Moderatorin durch den heutigen Abend führen. Sie teilt sich die Garderobe mit den Künstlern der Gala. Dieser Event ist natürlich insofern jetzt etwas Besonderes. Es sind jetzt nicht so viele Leute da, es sind 150 Gäste hier. Aber genau die 150 Gäste sind etwas ganz Besonderes. Weil ich habe unlängst moderiert eben im Zirkus Aquatico. Da waren knapp über 1000 Gäste. Aber hier sind tatsächlich unsere Ehrengäste Menschen, Wegbegleiter, Freunde, Geschäftspartner, mit welchen wir permanent zusammenarbeiten und zusammen sind. Und das ist natürlich etwas ganz Besonderes. Das kann man jetzt damit nicht vergleichen. Und insofern bin ich halt da schon ein bisschen flippig. Der Gala-Festsaal ist fertig, nur darf noch niemand rein. Außer Mausi und ihren engsten Vertrauten. Mit denen trinkt sich die Moderatorin Mut an, so gut es halt geht. Ich wollte sie mich nicht fragen. Jetzt. Ich meine, ich gesteite Abacarot, ohne euch zu interessieren, wie ich da flippig bin. Wie geht's dir vor deinem Ort? Na, scheiße natürlich. Schlicht und einfach. Josef, ich brauche Haare. Mausi ist nervös. Jetzt kann nur mehr ihr Friseur beruhigend auf sie einwirken. Da bitte jetzt mach was da draus. Ja, ich hab eh extra sogar Öl. Aber nicht zu viel, bitte nicht zu viel. Nur ein bisschen. Nur ein bisschen. Es ist nur ein Öl. Nein, aus. Nein, da vorne noch. So. Okay. Soll ich mich? Okay, bin schon wieder weg. Ciao. In der Limousine gibt der sonst so sparsame Werner Helmut einen aus. Geht ja aufs Haus. In dem Fall aufs Auto. Und da rollt die Limousine schon vor die Marx-Restauration und die Gesellschaft. Jetzt kann das Fest endlich beginnen. Im Blitzlichtgewitter und flankiert von wunderhübschen Damen. So wie wir Baumeister Richard Lugner kennen und er sich am liebsten gibt. So soll heute auch die Feier zu seinem 80. Geburtstag stattfinden. Wäre doch dumm, im hohen Alter den Lebensstil zu ändern. Ja, ich bin aber unschuldig. Dein zukünftiger Schwiegersohn kam so spät. Rubik war pünktlich. Also ich vermute mal, dass du fühlst, weil ein bisschen länger die Beauftrag von Helmut. Ich vermute, es ist nur Helmut, hast du was zu sagen dazu? Zu dir nicht. Und, nämlich auch zu Ken. Das ist meine Lieben. Wir folgen jetzt allen dem Jubilar, unserem lieben Geburtstagskind. So viele Leute. Dabei hätte sich Herr Lugner noch am Vormittag einen ruhigen Geburtstag vorstellen können. Es war eigentlich ein ganz normaler Arbeitstag. Ich habe heute eine Stunde länger geschlafen und habe statt um neun Uhr erst um zehn zum Arbeiten begonnen. War topfit. Habe Kaffee trinken zu Hause, sogar Zeitung gelesen, die Presse, ganz was Hochwertiges. Und jetzt war ich am Kaffee trinken beim Jakobs und der hat eine Kaffeemaschine. Und während Herr Lugner von seinen spannenden Erlebnissen seines 80. Geburtstags erzählt, nähert sich schon die erste Geburtstagsüberraschung. Und wie könnte es anders sein? Mit Reizen wird nicht gegeizt. Ich will jetzt nicht kosten, sage ich kosten es. Frau Siegel, was ist denn los? Wir tragen das Licht auf. Christa, Christa, Christa. Christa, Christa. Hallo! Christa, Christa! Christa, Christa. Christa, Christa, Christa. Christa tropical. Everybody's jamming, dancing through the night. Baila, kata, baila. Erしま이죠. Christa, Christa tropicale, come on all together. Dancing feeling like. Hey, hey, hey. Christa, Christa. Ich habe Richard Lugner im Mai getroffen und er hat mir gesagt, ich habe meinen 80. Geburtstag irgendwo im Oktober. Und dann haben wir gesagt, wir werden in Überraschung mit zwei schönen karibischen Mädchen. Fiesta Fiesta Fiesta! Sehr gut! Fiesta Fiesta! So ist das im Leben. Man muss immer jemandem Freude bringen. Dass er sich Freude üben, ist Überraschung. Und ich glaube, Herr Lugner war ganz zufrieden mit dieser Überraschung. Naja, ich bin ungewohnt. Ich habe eigentlich zu derartige Überraschungen in den letzten 80 Jahren nicht gehabt. Zurück beim Fest. Bitte da weiterzukommen. Den Festsaal betritt Herr Lugner natürlich als erstes. Als geschulter Partylöwe will er vor den Gästen noch schnell die Tischordnung kontrollieren und womöglich noch umstellen. Und dazu braucht man beide Hände. Na ja, das mache ich jetzt mit meinem Hut. Abgesehen davon ist Herr Lugner über seine Sitznachbarn am Tisch etwas unglücklich und beschließt kurzerhand noch schnell umzusortieren. Wir haben so falsch gemacht, dass ich in der Mitte sitzen. Naja, dann können wir so. Helmut, du sitzt da. Ich weiß, ich gebe es da Rubi noch. Die Rubi hat schon... Ich gebe ja noch einen Platz. Dann träuschen wir uns das noch. Nein, Rubi kommt zu mir. Machen wir das. Dann sind Sie wieder da. Wo sitzen Sie denn? Ja, dann sitzt Rubi. Da war es zuerst so. Ja, gut. So. Bei der ganzen Umstellaktion ist Herr Lugner doch wahrlich entgangen, dass auch Erzfeindin Wendy Knight an seinem Tisch sitzen soll. Das gibt es doch nicht. Ich habe doch gerade alle Tischkarten kontrolliert. Aber du sitzt nicht da am Tisch, weißt du das? Ja. Na, 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 na. Richard, ganz gut. Richard, na gut. So, da hat wieder Werbung so geändert. Können Sie ganz kurz. Na, ganz neu. Ganz neu. Ja, das war ein Scheiß vom Werner. Die Kärtchen, meine Sitzkärtchen, sind in der ersten Reihe gestanden. Beim Richard Lugner direkt am Tisch, das waren wunderbare Plätze. Der Depardieu Werner hat gemeint, da kann ich nicht sitzen, muss ich mich weiter nach hinten sitzen. Ist in Ordnung, aber er soll sich nicht so anscheißen. Schade, jetzt muss Frau Neid weiter hinten sitzen, dabei hat sie sich so eine schöne Kopfdekoration zugelegt, da ist jetzt die Luft raus. Jetzt schaut er leider schon so aus, ein bisschen zusammengeschrumpelt, so wie bei einem 80er, da schrumpelt sich auch schon alles ein bisschen zusammen, also dem Alter gemäß. Die eine Dame hat Lugner verscheucht, die nächste will von ganz alleine weg. Die Flirtereien ihres Richards sorgen bei Anastasia schon jetzt für allergische Reaktionen. Ich setze mich zu meiner Eltern rüber. Du musst schützen bleiben. Ja, ich kann das nicht. Ich tue ja einfach, ist die Camerys auf der Oberfläche? Sie ist wirklich verkühlt, aber sie ist leider nicht vernünftig. Ich habe gesagt, ich hätte ins Bett drei Tage lang, dann bin ich mein Geburtstag gesund, das hat sie nicht gemacht, bis 11.30 Uhr in der Lugner City geblieben wie ich und dann ist halt nicht gesund geworden. Aber Herr Lugner lässt sich dadurch den Abend nicht versauen. Alles ist aber natürlich ein abgekartetes Spiel. Vor dem Festsaal wartet nämlich noch eine weitere Überraschung, die eigentlich keine ist. Herr Barmeister will den Geburtstag zum Anlass nehmen, seinen gesamten Damen-Kuschelzoo zu vereinen. Dafür wurde auch ein Requisit, ein Fake-Bus gebaut, der allerdings fast so viel wiegt wie ein echter. Da sollen wir dran? Ja. Das können Sie sich wo hin schmieren. Wo können Sie es mal? Nein, ich will das gar nicht probieren. Das ist ja Wahnsinn. Ich bin eine alte, schwache Frau. Denn schon bei der Lieferung des Vehikels am Nachmittag vor dem Fest stellt sich heraus, dass zu dessen Transport zwei ausgewachsene Männer nötig sind. Wie dies die zart gebauten Lugner-Damen aus dem vergangenen Jahrzehnt bewältigen sollen, bleibt ein Rätsel. Und nicht nur das, die Damen sollen sich auch verkleiden. Also Maus, Katze, Hase und Käfer. Die Rolle des Käfers wird übrigens ausnahmsweise von Lydia übernommen. Sie ist also der Ersatzkäfer. Allgemein stößt die Idee aber auf gewisse Gegenwehr der Mitwirkenden. Nein, 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 nein. Ich habe gesagt, das kann ich nicht. Ich muss nachher moderieren, das kann ich nicht aufsetzen. Ich habe gesagt, wenn, dann nur Ohren. Aber ich kann das nicht aufsetzen. Das geht nicht. Das ist ein Hafthorn. Ja, die lassen wir auch weg. Sehr lächelig. Du Fischrich, oder? Da. Nein. Maus ist noch was. Das kann man aufsetzen. Miss Kübel ist da ums Eck. Entschuldigung, du darfst das nicht bis Ohr. Ich nehme sie die Hand und Hals so raus. Nein, das machst du auch nicht. Das ist ja sehr. Gut. Okay. Ich finde das total lächerlich. Ich meine, er wünscht sich das. Er kann sich das erwünschen, aber sie machen das ja eh schon unfreiwillig, das im Auto. Also das reicht, ja. Da kann man die Ohren ruhig weglassen. Ich finde es eigentlich schade, weil ich dachte, sie wusste es schon, dass wir das machen. Und es war ja geplant, dass es einen Kopfschmuck gibt. Ich meine, ich glaube, die Frisur kann man mal ein bisschen durchwischen und dann geht es wieder. Heben. Heben? Was willst du denn? Oder heben, bitte. Ich bin nicht ganz schlecht, dass das Mausi nicht mitmacht, weil... Will Mausi nicht mithelfen, das Auto in den Saal zu schieben? Was? Nein, da komme ich nicht hin. Wir gehen nur da rein. Mausi fehlt. Mausi. Mausi. Hier geht es nur rein. Und ich bin die Letzte, ja, Bettina, also... Achtung. Anastasia, du gehst nur hinein, ja? Du bleibst nur so mit dem Auto gleich stehen. Du magst genau drei Schritte und bleibst stehen, ja? Aber mehr geht ja nicht, du kriegst ja nicht mehr zusammen damit. Nein, bitte. Ich sehe ja nichts in den... So ein Kasperltheater. Macht ja nichts. Genau. Und nun Vorhang auf für den Kuscheltierzoo-Bus. Eigentlich war geplant, dass das Holzungeheuer auch wirklich auf der Showbühne platziert wird. Doch dass so viele Leute im Weg sitzen werden, das hat sich Herr Lugner nicht vorstellen können. Damit droht die erste Einlage auf dem Fest ein Desaster zu werden. Ja, warum fahrt sie nicht her mit dem Auto da? Ich glaube, sie ist. Und gleich bei Lugners 80er. Michaela Schäfer überreicht dem Baumeister zum Geburtstag eine Torte. Und zwar so, wie sie Gott geschaffen hat. Die Torte. Zur Sicherheit muss ich das Katzi bei mir haben, dass du mir nichts antun kannst. Ah, jetzt aber einmal. Mühe sie sich gar natürlich. Also ein Schäfchen hat eh keine Angst vor Katzen. Und Katzi hat keinen Bock mehr, ihren Richard mit all den hübschen Gästen zu teilen und verlässt vorzeitig das Fest. Ich habe am Anfang gesagt, bevor ich überhaupt dahergekommen bin, habe ich gesagt, dass ich heute früher gehe.